Bei The Voice of Germany wurden die Coaches unerwartet hart gegenüber Giovanni Zarella. Der Sender hat daraufhin Maßnahmen ergriffen. Update vom 13. Oktober 2024 Die Klischee-Sprüche und fiesen Spitzen gegen ihren ehemaligen Kollegen fanden wohl nur Mark Forster und Yvonne Cutterfeld wirklich lustig. Denn die Lester-Attacken der The Voice of Germany-Juroren gegen Giovanni Zarella sorgten wohl hinter den Kulissen für ordentlich Zoff. Ein offizielles Statement von Sat.1 gibt es zwar nicht, dafür reagiert der Sender nun im Stillen. Die Sendung mit den fragwürdigen Witzen wird jetzt nämlich in der Mediathek zensiert angeboten. Die Folge wurde umgeschnitten und ist jetzt nur noch ohne Zarella-Witze verfügbar. Übrigens, laut Bildinfos nehme sich Giovanni Zarella die Sprüche seiner ehemaligen The Voice of Germany-Kollegen nicht zu Herzen. Er nehme das Ganze sportlich. Für ihn, so heißt es aus seinem Umfeld, sei die Sache nach dem neuen Schnitt dann auch in Ordnung und erledigt. Erstmeldung vom 10. Oktober 2024 Jeden Donnerstag und Freitag dürfen sich die Zuschauer über eine neue Ausgabe von The Voice of Germany freuen. In einer vergangenen Folge kam es jedoch mitten in der Show zu einem Moment, der wahrscheinlich für einige schockierte Gesichter sorgte. Die Coaches der Castingshow machen sich offen über Ex-Kollege Giovanni Zarella, 46, lustig, und vergreifen sich dabei mehrfach im Ton. Kandidatin Lea Wilhelm, 24, wollte bei The Voice of Germany ihr Können unter Beweis stellen, Doch die junge Sängerin konnte die Coaches Mark Forster, 41, Yvonne Katterfeld, 44, Samu Haber, 48, und Kamrat, 27, leider nicht von ihrem Talent überzeugen, keiner von ihnen wollte die 24-Jährige in seinem Team haben. Nach dem Auftritt kam Lea Wilhelm mit den Coaches ins Gespräch und verriet, Nach dieser Aussage fing Mark Forster direkt mit dem Sticheln gegen seinen Ex-Kollegen, der im vergangenen Jahr Teil von The Voice of Germany war, an, kenne ich gar nicht. Wer ist das? Nachdem die junge Sängerin die Bühne verlassen hatte, begangen die vier Stars erst richtig mit der Lestai. The Voice of Germany Coaches erlaubten sich fiese Sprüche gegen Ex-Kollegen Giovanni Zarella. Yvonne Katterfeld dachte zunächst, dass Giovanni Zarella auf dem Stuhl saß, auf dem nun Samu Haber Platz genommen hatte und scherzte, Vielleicht sind noch Bizzariste da? Aus dem Publikum erhielten die Coaches dann jedoch den Hinweis, dass ihr Ex-Kollege auf dem Platz von Mark Forster saß. Der Sänger konnte sich anschließend einen fiesen Seitenhieb nicht verkneifen, riecht ein bisschen nach billigem Parfüm. Witze, die bei Giovanni Zarella wahrscheinlich alles andere als gut angekommen sind. Im November dürfen sich die Zuschauer über eine neue Ausgabe der Giovanni Zarella Show freuen. Inzwischen steht auch fest, welches Stars-Gastgeber Giovanni Zarella auf der Bühne begrüßen wird. Der Sänger wird auf der Bühne begrüßen, die bei Giovanni Zarella in der Bühne begrüßen.